Henning Fritz steht neben mir, ehemaliger Welthandballer und Weltmeister. Henning, du hast heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Ist das der Anlass heute im Weinzelt? Naja, Geburtstag hier zu feiern war nicht der Anlass, aber es passt gut zusammen. Von daher freue ich mich hier sein zu können. Es ist auch mal unter anderem meine Premiere. Ich bin das erste Mal zum Oktoberfest, von daher kommen da viele angenehme Dinge zusammen heute. Das erste Mal auf dem Oktoberfest und wir sehen, liebe Zuschauer. Ja, Ausbau. Wo ist die Tracht? Also, ich habe eigentlich alles mit, aber ich finde jetzt nicht die passende Ausrede, um zu sagen, warum ich sie nicht anhabe. Also, mein Argument war, ich habe gehört gehabt, dass eigentlich nur die, die von außerhalb kommen, eine Tracht tragen. Und da habe ich gedacht, okay, ich will nicht so wirken, als wenn ich von weit weg komme. Ja, von daher heute in Jeans, beim nächsten Mal lobe ich Besserung. Wann ist das nächste Mal dieses Jahr noch oder der einzige Wiesenbesuch dieses Jahr? Nein, ich bin am 1. Oktober bin ich nochmal da und ich hoffe, dass ich dann schon ein bisschen besser Bescheid weiß hier über die Trachten, die man zu tragen hat und ja, wo was ist. Aber wie gesagt, der erste Eindruck ist überragend und ich fühle mich natürlich sehr wohl. Alles klar, dann wünschen wir dir heute noch viel Spaß und am 1. Oktober und natürlich einen wunderschönen Geburtstag. Und ich gebe ab an Alex und Varian auf die Empore.